es ist zwar schon spät aber lieber spät als gar nicht und das beste kommt ja immer zum schluss diesmal vom tage ich darf mein zweites türchen aufmachen im adventskalender und dort oben steckt die zweite tür hinter der tür verbirgt sich eine tüte einer flüssigkeit und noch einer kleinen tüte mit ein bisschen getriebe da kann ich doch bestimmt schon irgendwas zusammenstecken und legen da seid ihr ja die anleitung gucken was man damit anstellen kann und